Liebe Schach-Community, in diesem Video schauen wir wieder nach London zu den Chess-Classic. Sieben Runden sind gespielt und in der siebten Runde gab es eine unglaubliche Partie zwischen Hans Niemann und Mateusz Bartel. Bartel, polnischer Großmeister Nummer 79 der Welt, 38 Jahre alt, gegen Hans Niemann, den muss ich nie weiter vorstellen, den kennt ihr alle. Und das ist eine Partie, die aus meiner Sicht in die Geschichtsbücher eingehen wird. Okay, wenn man das nicht so hochtrabend formulieren will, ihr werdet auf jeden Fall eure taktische Vision auf jeden Fall schulen, wenn ihr diese Partie mit mir hier verfolgt. Gehen wir rein, am Ende des Videos natürlich ein Blick auf die Tabelle. So, die Partie startet hier mit E4, E5, Springer F3 und nach Läufer C4 haben wir die italienische Partie. Das sind alles normale Züge hier, Springer F6, D3, H6. H6 ist hier nicht der Hauptzug, Läufer C5 ist natürlich der Hauptzug hier italienisch oder Läufer E7, zwei Springer Spiele im Nachzuge. Aber H6 wird auch gespielt, Idee G6 oder G5 und dann die Entwicklung des Läufers nach G7. Ich habe das alles auch für meinen ersten E4-Kurs sehr ausführlich analysiert. Deswegen habe ich das gerade so intensiv und gut parat. Und ich habe hier A4 analysiert, denn das richtet sich gegen diese Idee mit G5 hier. Dann kann man nämlich sehr früh H4 spielen und den Bauern hier attackieren, bevor man kurz rochiert hat. Das ist eine gute Idee hier. Dann kann man dieses G5 so ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Aber ich glaube, Bartel hatte das eh nicht vor. Unabhängig davon, niemand spielt hier C3. Bartel spielt D6 und jetzt doch A4. Er wartet ab mit der kurzen Rochade. Und jetzt G6, nicht G5. Das ist hier sehr flexibel. Man kann G6 oder G5 spielen. Okay. Aber G5 ist hier nicht so sinnvoll. Wie gesagt, Weiß hat noch nicht kurz rochiert. Und dann kann man H4 spielen und dann hier das Ganze schon attackieren. Okay, G6. Niemand spielt A5, schiebt den A-Bauern weiter vor. Schon in einer sehr frühen Phase möchte ich mit A6 eventuell schon die Struktur schwächen. Schwarz verhindert das mit A6. Rochade. Jetzt ist Zeit zu ruhieren. Läufer G7. Springer BD2 Entwicklung. Rochade. Turm E1. Ab ins Zentrum. Das Feld für den Springer freimachen. Alles normale Züge. Springer H7. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, was Bartel hier macht. Aber wir werden sehen, der polnische Großmeister. Ich kenne ihn übrigens ganz gut. Ein bisschen sehr, sehr dynamischer Spieler, der auch vor Risiko, der auch hohes Risiko geht häufig in seinen Partien. Und dementsprechend hat er auch schon einige hochkarätige Turniere gewonnen in seiner Karriere, weil er auch, ja, häufig seine Gegner auch überrumpelt mit unglaublich taktischem Spiel. Und wie gesagt, eure taktische Vision wird hier geschult in dieser Partie. Dame B3 Entwicklung. König A8. Was ist das denn für ein Zug? Er bietet hier das Bauernopfer an. Sagt, nimm raus auf F7 und dann will ich die Elflinie öffnen. Das ist sehr, sehr interessant gespielt. Das war auch nicht unbedingt notwendig. Man hätte auch zuerst Dame E7 spielen können, dann König A8 und F5. Aber Bartel sagt, pass auf, nimm den raus, nimm den noch, nimm den noch. Und was macht niemand? Er nimmt ihn. Ist auch okay. Ist ein Bauer. Dame F6. Läufer wieder zurück. So, Schwarz hat einen Bauern geopfert, hat aber die Elflinie geöffnet. Und der Plan von Schwarz ist jetzt G5, G4, Attacke. Es geht weiter mit G5, klar. Und niemand muss sich jetzt Gedanken machen, wie er diese Drohung abwehrt mit G4. Der Springer hat ja auch kein Feld. Der Springer braucht ein Feld. Und dann hängt er auf F2 mit Schach. Was macht Stockfisch hier? Stockfisch sagt, weißt du was? Ich gehe in die Ecke. Du kannst gerne den Bauern haben. Und dann Turm F1. Und diese Stellung ist besser für Weiß. Mit der Idee Springer F1, Läufer E3, Springer G3. F5 ist schwach. Strukturell ist das besser für Weiß. Hier, das ist eine schöne Stellung. Wenn man das erstmal sieht, dann versteht man, warum Stockfisch das vorschlägt. Aber niemand, auch wenn viele glauben, spielt nicht mit Stockfisch, spielt hier Turm E2. Das ist nicht ganz so gut. Deckt den Bauern. Und auf G4 geht er nach E1 zurück. Seine Figuren stehen aber etwas gedrubbelt jetzt hier. Ich kann aber verstehen, warum er sich so aufgebaut hat. Das ist sehr menschlich, den Bauern nicht zu geben. Schwarz hat aber Kompensation. Und was macht Schwarz? Spielt H5. Er greift einfach weiter an. Stupide. Ziemlich simpler Plan eigentlich. Aber sehr effizient. Springer F1. H4. Wir werden die Partie genießen. Ich werde nicht so viele Alternativen zeigen in dieser Partie, weil die geht auch relativ lang. Damit D1 zurück. So was macht niemand. Er verteidigt hier mit Mann und Maus. Alles hier auf der Grundreihe. Springer E7. Will hier den Springer umgruppieren. Damit E2. Mhm. Was ist das für ein Zug? Sieht ein bisschen komisch aus. Aber verhindert hier Springer G5 zum Beispiel. C6. Plant hier eventuell D5 zu spielen. Hier könnte man mit Weißläufer B3 spielen. Zurückgehen und D5 so ein bisschen entkräften. Aber niemand sagt, nö. Ich spiele G3. Stoppt hier den G-Bauern. Eventuell. Ja, die Sache ist der Springer auf E1. Der spielt nicht mit. Er möchte ihn über G2 mitspielen lassen. Und dann hier E3. H4 attackieren. Das ist seine Idee. D5. Das ist aus Stockfisch-Sicht fragwürdig. Läufer B3. Läufer E6. Dabei sieht das eigentlich total gut aus, was Schwarz hier macht. Und jetzt Springer G2. Greift den H4 an. Es gab hier was Besseres. Und zwar konkret gab es hier D4. Im Zentrum vorzugehen. Schlagen auf D4 und jetzt E5. Hier. Dame irgendwo hin. Und dann auf D4 nehmen. Und das bewertet Stockfisch bei mir als klaren Vorteil für Weiß. Weiß hat den Bauern konsolidiert. Hat sich so ein bisschen befreit. Und es ist nicht so klar, wie Schwarz hier den Angriff fortsetzen soll. Finde ich aber sehr schwierig, wenn ich ehrlich bin. Okay, Springer E5 geht nicht wegen Dame G4. Das sehe ich ein. Springer G5 geht auch nicht. Ja. Und je länger man drauf schaut, merkt man, okay. Der Angriff ist wirklich ins Stocken geraten. Und Weiß hat den Bauern konsolidiert. Aber gut. Das sind alles Computervarianten. Niemand spielt hier ohne Computer Springer G2. Greift den H4 an. Springer G6. Schlagen auf D5. CD5. Und jetzt D4. Auch das bewertet Stockfisch nicht als besten Zug. Finde ich aber auch okay. Greift den E5 an. Was hätte er stattdessen machen sollen? Ja, Stockfisch sagt hier. Springer A4. Nehmen, nehmen. Dame A4. Und hier Turm A4. Auch sehr interessant. Übrigens, dieses frühe A4, A5, merken für italienische Spieler, führt dazu, dass wir Platz schaffen auch für den Turm. Und dann können wir schön den Turm nach A4 stellen in manchen Varianten. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit in dieser Stellung. Und können den Turm über die A-Linie aktivieren. So, niemand nimmt aber nicht auf die H4 raus. Er spielt D4. E4. Schwarz hat ordentlich Raumvorteile hier, ne? Durch die Bauern, die so weit vorne stehen. So ein bisschen erdrückt der Weiß. Aber Weiß hat hier einen wichtigen Hebel, C4. Den er früher oder später hier ansetzen wird. Und dann wird dieses Konstrukt hier zerstört. Es geht hier weiter mit Turm A4. Starker Zug. H3. Greift den Springer an. Springer E1. Geht wieder zurück. Das war nicht die einzige Möglichkeit. Er hätte auch Springer F4 spielen können. Aber er geht zurück. Wie gesagt, er verteidigt hier echt mit Mann und Maus. Und man muss sagen, er verteidigt auch exzellent bisher. Dame F7. Turm B4. Schön den Turm aktiviert. Sehr lehrreich. Könnte nach B6 gehen. C4 ist in der Pipeline. Turm A, C8. Läufer C2. Läufer F6. Möchte hier sowas spielen wahrscheinlich. Dame D1. Geht zurück. Läufer D8. Gereift hier den A5 an. Läufer H6. Sehr, sehr stark. Gereift hier den Turm an. Gegen Angriff. Wenn Schwarz hier auf A5 schlägt, dann schlagen wir den Turm auf F8 und decken unseren Turm auf B4. Gewinnen dann eine Qualität. Schwarz sollte jetzt Turm E8 spielen. Der Grund dafür ist allerdings nicht so einfach zu sehen. Die Idee ist, den E4 prophylaktisch nochmal zu überdecken. Falls Weiß C4 spielt und das Ganze hier aufdröselt, sollte der E4 nochmal gedeckt sein. Ja, schwierig zu erkennen. Bartel spielt Turm G8. C4. Sau stark gespielt hier von Niemann. In dieser Phase, er verteidigt sich wirklich fantastisch. Spielt hier C4. Will hier das Ganze aufbrechen. Und Läufer A5 wird geflissentlich übersehen. Schwarz spielt Läufer G5. Greift hier den an. Was passiert auf Läufer A5? Bevor das einige von euch fragen, beantworte ich es lieber. Turm A4. Läufer E1. Turm E1. Und die Stellung ist besser für Weiß. Warum? Weil das schwarze Zentrum zerstört wird. Auch wenn Schwarz auf C4 schlägt. Ich kriege den wichtigen E4 dann. Und habe Vorteil. Bartel spielt, wie gesagt, Läufer G5. Gut, den müssen wir schlagen. Springer G5. Und jetzt liebäugelt Schwarz natürlich mit Springer F3 hier. Springer E3. Greift hier nochmal an. Das sieht jetzt gut aus für Weiß, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt kommt Bartel. Er spielt Springer H4. Wow. Möchte hier rein. Und bietet einen Springer als Opfer an. Und jetzt geht es richtig rund. G schlägt H4. Stark. Bester Zug. Springer F3 Schach. Jetzt bloß nicht nehmen. Nicht die G-Linie öffnen. König A1. Ab in die Ecke. Und was macht Bartel? Wie geht es hier weiter? Okay, Dame F4. Kommt Springer F1 und deckt H2. Dann passiert nicht viel. Dann steht Weiß einfach klar besser. Stattdessen Springer schlägt H2. Er nimmt den raus. König A2 wäre ein Fehler. Wegen Dame F4, König A1 und hier G3. Und dann... Okay, es gibt hier einen Gewinn für Weiß. Der ist aber sehr schwierig zu sehen. Und zwar Turm B3. Die dritte Reihe überdecken. Ja, da kommt man nicht drauf. Ein weiterer Gewinnzug ist hier Springer 1, G2. Einen der Springer Opfern. Also man hätte nehmen können. Die Varianten sind aber sehr, sehr schwierig. Stattdessen spielt niemand was anderes. Hier, er nimmt den Springer nicht. Er spielt C schlägt D5. Der Zug ist auch besser. Laut Stockfisch. G3. Bester Zug. Was ist das für eine Stellung? Wer soll das hier alles berechnen? Es gibt natürlich hier Ideen mit G2 Schach. Dem weißen König hier an den Kragen gehen. Deswegen meinte ich taktische Vision. Bartel spielt hier ganz groß auf. Im Sinne dessen, dass er eigentlich eine Verluststellung hat. Aber noch einen mega Angriff aufs Brett zaubert. Wir genießen weiter hier. D schlägt E6. Er nimmt einfach hier den Läufer weg. Bester Zug. G2. So, was macht man hier mit Weiß? Gut. G1 Dame Schach. Darf man nicht zulassen. Deswegen nehmen wir nicht auf H2 raus. Das ist klar. Aber auch König G1 wäre Verlustzug wegen Dame F. König G1 habe ich nicht analysiert. Verliert wegen Dame F4. Zum Beispiel. Mit der Idee Springer F3 Schach. Und dann H2 und solche Sachen. Und das gewinnt. Weiß muss einen der Springer zurückgeben. Und das ist Springer 3 schlägt G2. Er hat ja auch großen Materialvorteil. Er kann ruhig ein bisschen Material zurückgeben. Nimm. Und jetzt ganz wichtig. Nicht Springer schlägt G2. Das verliert wegen Dame F3 hier. Die Variante können wir uns noch ein bisschen weiter anschauen. Läufer E4. Dame H3. Es droht ein Abzug. König G1. Und hier Springer F3. Nimm Nimm. Es droht Matt. Dame F1. Deckt das Matt. Und jetzt Turm C1. Die Ablenkung gewinnt hier. Turm E1. Nimm Nimm. Dame G2 Matt. Das war eine schöne Variante. Der habe ich euch mal gezeigt. Er darf da den Bauern nicht nehmen. Er muss mit dem König nach G1. Es ist aber noch nicht vorbei. Dame F4. Turm schlägt E4. Bester Zug. Jetzt aber Dame F2. Der Budenzauber geht weiter. Das ist der beste Versuch. Es gibt keinen anderen. Springer F3 geht ja nicht. Die Dame hängt. Das Feld ist gedeckt. Letzter Versuch. Dame F2. König F2. G1 Dame. König E2. Weiß hat. Was hat alles mehr? Ein Turm. Ein Turm und zwei Bauern. Ne Quatsch. Ein Läufer und zwei Bauern. Sorry. Läufer und zwei. Drei Bauern. Läufer und drei Bauern. Zählen muss man hier können. Springer F1. Liebäugel mit Springer G3. Gab es hier was anderes? Gut Dame F1. Dann läuft er hier weg. Springer F1 deckt hier die Felder. König kann nicht so richtig weglaufen. Was kommt? Dame C1. Ein guter Zug. Das war nicht der einzige Gewinnzug. Es gibt hier zwei Gewinnzüge. D5 gewann hier laut Stockfisch Clara mit der Idee Dame D4 Schach zum Beispiel. Die Damen tauschen. Aber Dame C1 ist auch gut. Es droht ein Schachmatt hier auf H6 plötzlich. Schwarz muss sich was einfallen lassen. Turm G2 Schach. Aha. Was ist das? König D1. Muss er spielen. Springer G2 ist schlecht wegen Springer E3 Schach. Und dann hängt die Dame. Das ist zwar ausgeglichen hier, weil weiß so viel Material hat und so viele Bauern. Aber besser ist es, König D1 zu spielen und sich hier zu verstecken. Es ist aber noch nicht vorbei. Schwarz nimmt den Läufer weg. Turm 8 schlägt C2. Meine Güte, was eine Stellung. Die Dame ist angegriffen. Der Springer kann den Turm schlagen. Den Turm schlagen mit dem Springer ist aber ganz schlecht. Wegen Springer E3 Schachmatt. Das ist simpel. Also mit dem Springer können wir nicht schlagen. Was machen wir hier? Wie gewinnt man diese Partie hier? Es gibt zwei Gewinnzüge. Weiß hat, vergesst nicht, immer noch ein... Ne, hier hat er gar nichts mehr. Aber es gibt hier zwei wichtige, mehrere Kandidatenzüge. Es gibt da Schach. Es gibt E7. Es gibt da Schlagen auf C2. Es gibt hier einige Züge. Und natürlich war es so, dass die Spieler natürlich auch nicht mehr so viel Zeit hatten. Wir sind schon bei Zug 44. Ich muss das irgendwie mal rauskriegen, wie ich die Zeit auch anzeige. Ist technisch nicht so einfach. Auch mit Zuganzahlen natürlich. Und nicht einfach nur die Zeit. Dame H6 gewinnt hier. König G8. Aber wie geht es weiter? Schwarz droht hier Schach. Es gewinnt E7 einfach. Und auf Turm D2 müssen wir die Dame opfern. Und dann weglaufen. Es gibt hier noch ein paar Züge. Die man berechnen muss. Aber am Ende ist das eine Variante, die rauskommt. Weiß hat zwei Türme und Springer gegen Dame. Plus zwei Bauern noch. Also großer Materialvorteil für Weiß. Und Weiß gewinnt. Es gibt hier auch keine relevanten Schachs. Es gibt das hier. Dann verstecken wir uns. Die Türme sind sicher. Wir schlagen hier auf B7. Und das ist klar gewonnen für Weiß. Das war eine wichtige Variante nach Dame H6. Also Dame H6 gewinnt. Aber die Konsequenzen waren nicht so einfach zu berechnen. Ich bin mir sicher, dass niemand Dame H6 auch... Natürlich hat er es gesehen. Der Zug ist offensichtlich. Die Frage ist nur, wie weit er das berechnen kann. Es gewinnt übrigens auch E7. Das ist ein bisschen verrückter hier. Weil man die Dame einfach sich schlagen lässt. König schlägt. Turm zurück. Und dann E8 Dame in dem Nimm. Und das gewinnt hier auch für Weiß am Ende. Aber auch sehr kompliziert. Das ist eine typische Computer-Variante. So, vom Klinger meiner Haustür nicht beirren lassen. Ich mache weiter. Was macht denn Niemann hier? Er nahm auf C2 mit der Dame. Und das ist ein Fehler. Turm C2. Springer C2. So, materiell ist das okay. Gibt nur ein paar Probleme. Springer E3 Schach. König nach vorne. Schach. Und er verliert hier den Springer. Und die Stellung ist jetzt wahrscheinlich verloren. Das Problem ist, der König steht so schlecht. Aber Weiß hat hier natürlich noch fette Freibauern. Es geht hier weiter mit D5. Auch nicht so gut. Turm B7 hält das Gleichgewicht mit der Idee E7. Stattdessen D5. Er verliert hier den Faden komplett. Nachdem er sich unglaublich gut verteidigt hat. Ich kenne das aus Erfahrung. Es ist wahnsinnig schwierig, so eine Stellung zu verteidigen. Und er hat das wirklich exzellent gemacht. Hier und da natürlich kleine Ungeneuigkeiten. Aber das ist völlig egal. Und verteidigen ist generell eine der schwierigsten Fähigkeiten, die man trainieren muss eigentlich im Schach. Eine der schwierigsten Fähigkeiten. Oder kann man so sagen. Schwierigsten Fähigkeiten. Ich komme durcheinander. Egal. Weil ich Besuch bekomme auch. Es geht weiter mit Springer B4. Ich mache weiter. Turm B4. Und jetzt haben wir natürlich ein interessantes Endspiel. Dame gegen Turm und drei Bauern. Es ist noch nicht komplett verloren. Aber unglaublich schwierig zu spielen. Dame C5. Turm D4. Dame D6. König E4. König G7. Es gibt hier eine Möglichkeit, für Weiß Remi zu halten. Die ist auch ein bisschen versteckt. Und zwar mit H5. Ich habe hier diese Variante analysiert. Den H-Bauern zu opfern. Und dann aber mit Turm E4. E7 zu drohen. Schwarz ist hier gezwungen, Dauerschach zu geben. Weil E7 und E8 so eine starke Drohung ist. Und es ist ganz wichtig, dass der schwarze König ganz weit weg ist. Also Schwarz muss jetzt wahrscheinlich hier irgendwie Dauerschach geben. Ja, ich kann es nur wiederholen. Niemand spielt aber auf sich alleine gestellt. Spielt Turm D3. Nicht H5. Dame H2. Wir genießen jetzt das Ende der Partie. Turm C3. Das ging noch relativ lange. Dame H4. Ich werde jetzt nicht jeden Zug sagen. Ansagen. Weil das hier natürlich jetzt eine Phase ist, in der Schwarz auf Gewinn steht. Das ist so ein typisches Trial and Error auch. Wir spielen so ein bisschen hin und her. Schwarz lässt nichts zu. Die Bauern sind geblockt. Die gefährlichen Bauern. Und nur wegen den Bauern spielt niemand das auch noch weiter. und schaut, ob Bartel das technisch hinbekommt. Jetzt ist der König aber hier zum Zentrum. Und dadurch können die Bauern überhaupt keine Gefahr mehr versprühen. Und die schwarze Dame erledigt den Rest. Ja, jetzt kriegt er den B-Bauern. Jetzt kriegt er den A-Bauern. Niemand hat alles eingestellt am Ende. Gut, jetzt war auch nicht mehr zu verhindern. Und hier gab er auf. Für mich eine fantastische Partie. Aus vielerlei Hinsicht. A, Bartel. Unglaublich schön gespielt. Also taktisch auch. Mit sehr vielen Ideen. Sehr großer taktischer Vision. So kenne ich ihn aus früheren Zeiten. Ich weiß noch, wie er in Dortmund mal gespielt hat. Weil man Aeroflot Open gewonnen hat. Auch mit diesem typischen taktischen Spiel. Dafür ist er bekannt. Er verliert auch hin und wieder auch Partien deswegen. Auch gegen schlechtere Spieler, weil er so ein Risiko geht. Aber in dieser Partie ist es gut gegangen. Und er hat wirklich ein kleines Meisterwerk kreiert. Es wäre auch ein Meisterwerk gewesen, wenn niemand das verteidigt hätte. Weil bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hat er niemanden exzellent verteidigt. Und hat dann aber mit Dame schlicht C2 die Partie erst eingestellt. Tolle Partie. In London sind noch zwei Runden zu spielen. Wir gucken mal auf die Tabelle. So wie es aussieht, wird Michael Adams das Turnier gewinnen. Er führt zwei Runden vor Schluss mit dem Halbpunkt Vorsprung vor Gukes. Und wir hatten ja schon die ganze Zeit erwähnt, Gukes muss ja das Turnier als alleiniger Erster gewinnen. Das ist hier eigentlich nicht mehr möglich, bei Halbpunkt Rückstand alleiniger Erster zu werden. Geteilter Erster schon eher. Und damit wird er den Platz von Anish Giri nicht überholen. Im Fidesz-Circuit war das ja. Dass er Anish Giri überholt. Das wird wohl nichts mehr. Ja, die Diskussion um das Kandidat-Turnier reißt natürlich diesen Monat nicht mehr ab. Da wird wahrscheinlich noch einiges passieren mit dem Turnier in Indien. Aber ab heute gibt es noch andere Turniere, nämlich Finale der Champions Chess Tour in Toronto. Und natürlich auch das German Masters ab Montag. Und für mich dieses Wochenende sowieso Frauen-Bundesliga. Damit bin ich beschäftigt. Deswegen kann es sein, dass ich morgen vielleicht kein aktuelles Video mache. Mal schauen, was ich schaffe. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Macht's gut.